Acht Streichinstrumente virtuos gespielt von acht jungen Profis aus sieben Nationen, die alle an der Grazer Kunstuniversität studiert haben. Das ist das Oberton-String-Oktet. Seit fünf Jahren musizieren sie zusammen und ihr aktuelles Projekt ist dem Tango gewidmet. Tango-Musik von Astor Piazzolla, gespielt von einem Streich-Oktet, eine seltene Kombination. Er hat auch mit der Tango Neue was ganz Neues gebracht und wir sind auch eher so eine innovative Gruppe mit der Besetzung. Das gibt kaum so eine Besetzung und irgendwie, ja, wir haben uns einfach so gefunden. Gefunden haben sich die acht Profimusiker aus sieben Nationen an der Grazer Kunstuniversität. Wir haben eben eine Kroatin, wir haben zwei Ungarinnen, eine Slowenien, einen Italiener, also schon so ein bisschen Count Car Flair haben wir dabei. Musikalisch auch, weil wir doch viel Klassik spielen, also eben Musik, die aus der kaiserlichen Zeit durchaus stammen könnte. Und mit ihrem vielseitigen Repertoire ist das Oberton-String-Oktet schon oftmals musikalischer Botschafter im Ausland gewesen. Musikalisch auch, weil wir doch viel Klassik spielen, also eben Musik, die aus der kaiserlichen Zeit durchaus stammen könnte. Zum Beispiel in Jerusalem, so viele Konzerte, so viele verschiedene Kulturen. Dann waren wir in Lettland und in Russland und natürlich, man erlebt sehr viel. Fünf Jahre ziehen die jungen Profis nun schon an einem musikalischen Strang, doch was bringt die Zukunft? Die eigene Konzerte veranstalten, das steht auch noch in der Planung, eventuell eine Konzertreihe, alles kommt bald, hoffentlich. Servus! Musikalisch auch, Sie sind die Linus von hier, auch die Zukunft später sind diehindere Linus von super Caltia. Vielen Dank.